Ja, wie schon im Text beschrieben, es ist für mich persönlich einfach wichtig für die Leute, die mit meiner Seite interagieren auf Facebook, die mir darauf folgen, dass ihr darüber einfach Bescheid wisst. Ich meine, das Publikum der Seite hat sich ja auch ein Stück weit geändert in den letzten Jahren, besonders als ich ja auch nach Österreich gewechselt bin. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige gar nicht wissen, dass ich früher schon Texte verfasst habe und sie auf meinem Namen auch noch schon veröffentlicht habe und haben dann auch wahrscheinlich eine ganz andere Vorstellung bezüglich einer Facebook-Fanpage von einem Profifußballer. Sportlich läuft es gut, es geht wirklich super voran. Darüber habe ich euch ja auch laufend informiert, was ich auch weiterhin tun werde. Aber hier soll es sich um einen weiteren Bereich meiner Persönlichkeit gehen, was mich noch zusätzlich ausmacht. Und ja, das ist mir einfach wichtig, das auch so klar zu kommunizieren. Das, was ich sagen wollte. Und ja, ich finde es cool zu sehen, dass du darüber aktiv daran teilnimmst. Die fleißigen Kommentare zu lesen, so wie es in anderen Videos gewesen ist, würde mich freuen.